Auf welchen sind die? Da hinten auf denen sind die Ah Von Sägemühle, da kamen Schüsse Ja, da an dem Fenster läuft einer Sägemühle So, okay Also ich nehm Hast du gesehen welches, Franz? Das jemand Gut, ich nehm einen weg Ich würd ihn Gesehen jetzt Ich hab halt nen Diopter-Visier, aber das fühlt sich irgendwie noch schlechter an Als sonst Versteh ich Weiß nicht warum Aber da ist auch diese scheiß dunkle Scheibe davor Jaja Aber hier drüben kommt man gut vor Vielleicht werden die uns sehen können, ne? Es ist ja schön, wenn ich einen rausnehmen könnte Achso Den Namen, das haben die sicher gehört Komm, komm, guck nochmal, guck nochmal Auf der linken, auf der rechten Seite guckt jemand Ich streck nochmal deinen Köpfchen Hab einen Den anderen hab ich Jawoll An Das haben wir so gut gemacht Ich blüderbombe Ja, so hoch komm ich bestimmt nie Oben läuft noch Steht wieder Ja Der hat auch wohl nichts Ja, einer steht auf jeden Fall wieder Ich hab leider nix gehittet Ich hab ihn gehittet Auf der rechten Seite am Windu ist wieder einer Gott, den Marker weg guck mal Ich zieh den gerade hin. Schimmsteier? Hat er auch hin platziert? Gerade geheilt. Ja, ich habe leider nur noch 6 Schuss, ne? Im Kacke. Am Fenster, in dem wir 2 genockt haben, ist wieder einer? Er hat richtig Bock mich zu worrying. Ich habe noch 3 Schuss auf meine Rifle. Ja, oben hat er einen Hit. Ja, ist gut. Max, du hältst die Stellung. Ich hole mir neue Munition. Ja. 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 Da hat er oben gerade wieder geguckt. Ja. 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 Da muss ich bis hin kommen. Ja. 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 Schnell. Damit. Nice. Ich glaube, der weiß noch nicht, wo ich bin. Ne, nicht durchgucken. Mann. Geht das oben wieder im Fenster? Mhm. Ja, wieder nur vier Schuss, ne? Anderes Team, anderes Team in Osten. Okay, okay. Ging nicht auf mich der Schuss. Aber jetzt wird der... Das ist der andere Trophäenträger. Ich komme doch wieder mit in deine Richtung. Obwohl ich... Ich glaube, ich gehe nochmal... Ne, ist zu weit. Die habe ich aufgestreckt. Hier ist noch eine Spieltagskanade. Oh, die habe ich genommen. Drei Spieltagskanaden. Jawohl. Einer ist down. Nice, habe ich gehört. Ich bin im Nachbarhaus von denen. Und gucke hier jetzt nach Munition. Noch einer ist down. Das war aber, glaube ich, der vom anderen Team. Also jeder müsste jetzt... Warte. Ich habe einer vom anderen Team abgegrilltet. Der stand hier hinten. Okay. Oh, schade, dass das kein Headshot war. Um einmal in Leben Munition finden. Wirklich. Die haben gerade echt Trouble. Ja, in Terrorstone. Also wenn die anderen Trophäenträger die Trophäen nehmen, dann werden die sich verpissen. Ja. Da oben hat jemand nicht. Ist er gestorben? Ich habe es nicht gehört. Ja, der ist gestorben. Okay. Okay, die vorhin liegt. Ich habe ein Spiel da reingeworfen. Wenn die nicht zittet, gehe ich rein. Geh rein. Ne, ich gehe nicht rein. Ich habe ihn gerade machen gehört. Hat gehittet, aber... Niemand hat mir gegriffen. Na gut, bei mir unten brennt jetzt alles. Da musst du kurz warten. Da komme ich mit rein. Ja. Er hat sich gehighed oben. Ja. Hat einen Hit. Zwei Leute oben. Vom anderen Team hat einen Hit. Okay. Zwei Leute hier oben drin. Nein, er wurde aufgehoben. Der eine Trophäenträger. Das ist blöd. Ich habe nur noch auf meiner Zweitwaffen Munition einen Kettenrevolver. Ich habe nur ein Dings geworfen. Ne, ne. Haft. Gut. Hat aber gereicht, um die Angst einzahlen. Ja. Einer vom anderen Team aimt mich jetzt auf jeden Fall ab. Okay. Okay, oben wieder einer down. Trophäenträger. Okay, okay. Wurde beschossen von der Seite. Wurde beschossen von deiner Richtung aus. Äh, okay. Natürlich. Natürlich. Klar. Fick dich, Mann. Natürlich. Auf 30 Meter. Mit... Naja, gut. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Oh, was mache ich denn jetzt hier? Bom. Hmm. Hm. Ah. Heiße, das hier ein Leiter nach oben. Das sieht jetzt schlecht für mich aus. Der Leiter. Oh, wenn das ein Gegner ist von dir. Geh ich von aus. Jawohl. Ich komme. Ich komme. Danke für die AP-Zombie. Oh, da hinten hab ich laufen gesehen. Gut, das waren die 3. Ich glaub, drinnen jemanden eingehört. Oder aufheben. Ja. Natürlich nicht so geil. Ach man, wirklich. Hä? Von wo? Ne, ich glaub das war von oben, aber wallbang halt. Ja. Ja. Na? Hm. Wie, 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 wie die dich jetzt so pushen wollen. Ja. 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 Ja.